Hi, es ist Kerstin von Minipresents. Ich freue mich, dass du da bist. Heute zeige ich dir mein Freebie für einen Adventskalender. Der Adventskalender ist quasi Weihnachtspost, wie du hier siehst. Das sind dann 24 kleine Umschläge, wo du dann hier deine kleinen Geschenkideen verstauen kannst. Und falls du noch nicht weißt, was du deinem Freund oder deinem Mann in den Adventskalender packen sollst, dann zeige ich dir hier auf meinem Blog ein paar Ideen. Vielleicht inspiriert dich das. Und dann würde ich sagen, lad dir meine Bastelvorlage runter und auf geht's! Frohe Weihnachten!